Herzlich Willkommen bei Matis. Wir zeigen dir heute den Einblick in die KV-Lehr. Komm doch mit! Übernimmst du gerne Verantwortung, bist selbstständig und bist ein Organisationstalent, dann ist das KV der richtige Job für dich. Du machst viel Administratives, wie Daten im System erfassen, Dokumente erstellen und bearbeiten, E-Mails schreiben oder telefonieren. In deiner dreijährigen Lehre bei Matis lernst du sechs Abteilungen kennen. Matis stellt diverse Implantate und Instrumente für die Operationen her. Du kannst immer mal vorkommen, als eines der Instrumente oder das Implantate kaputt geht oder etwas schief läuft. Die beschädigten Teile werden an uns zurückgeschickt und von uns untersucht. Wie ihr seht, tun wir auch alles fütteln, dokumentieren und den Fall digital erfassen, damit wir so herausfinden können, wieso das Teil kaputt gegangen ist und wie wir das in Zukunft verhindern können. Einer der Vorteile bei Matis ist, dass uns schon Material gezahlt wird. Mit einem Spesenbeleg bekommst du dein Geld für die Buchhaltung wieder zurück. Im KV tust du unter anderem auch Meetings planen und bist bei diversen Projekten dabei. Hier zum Beispiel plane ich gerade mit den Lernenden zusammen unsere nächste Lehrlingsausflug. Haben wir dieses Interesse geweckt, dann macht Leber in Matis und profitiere von folgenden Vorteilen. Leistungslohn, sieben Wochen Ferien im ersten Lehrjahr, sechs Wochen Ferien im zweiten Lehrjahr und wir sind direkt am Bahnhof. Bewege mit uns die Zukunft! Tschüss! 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 Tschüss!